Ich bin zurück im schönen Köln und wir sind zurück bei Nerskase Game 2013 und ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine Woche verbracht in Rostock bei meiner Familie und bin jetzt wieder zurück zu Hause. Kann also wieder, ja, sozusagen live hier ein paar Videos für euch machen. Sprich, immer so ein Zeitraum von ein, zwei Tagen, die dann immer Verzug sind, von Aufnahme zu Ausstrahlung. Während ja die letzte Woche jetzt vorproduziert war, sind wir jetzt also wieder im, ja, sozusagen Live-Betrieb und machen mal direkt weiter heute am Samstag hier mit Project Cars, äh, mit Project Cars sage ich schon. Ja, erstmal wieder klarkommen, erstmal wieder den Rhythmus finden. Wir sind natürlich bei Nerskase mit unserem M&M 69er Toyota Camry und gucken wir mal rein hier. Jetzt ein paar Tage nicht am Lenkrad gesessen, dachte ich, Nerskase ist auch genau das Richtige, um wieder ein bisschen reinzukommen, ein bisschen warm zu werden. Und wir sind in Indianapolis, jawohl. Eine sehr bekannte, sehr, sehr coole Strecke. Ich glaube, das ist ein ganz normales Oval, in dem wir da heute fahren. Ähm, danach kommen noch so ein paar Events, sehen wir gerade hier. Martinsville und Pocono, Strecken, die wir schon kennen übrigens. Event 28, 27 steht heute an den Nerskase. Mal gucken. Wie viele sind denn das eigentlich nochmal? Jetzt 40, glaube ich. Ne. Und was wären die immer mehr? Waren das nicht mal... Das waren nochmal weniger, oder? Das sind sogar mal 50. So, als wenn das immer mehr wird. Egal. Ähm, ich würde sagen, wir machen nochmal weiter. Alter Schwede, das ist doch noch eine ganze Menge, die da vor uns liegt eigentlich, ne? In Indianapolis. Ja, ich kling vielleicht noch ein bisschen verstupft, ein bisschen krank, leichte Erkältung eingeholt da. An der Nordseeküste, nee, an der Ostseeküste, so rum. Ähm, ja, nicht mehr gewohnt, die Norddeutsche Luft da oben. Aber, ich glaube, daran liegt es nicht, denn da war auch eigentlich Frühling, so wie hier. Ja, Weihnachten war ja nicht wirklich winterlich dieses Jahr. Aber, ja, ich denke mal, die meisten finden es natürlich nicht so schlimm. Ich habe meine Top 5 der Eisbiss, den Rennspielen, glaube ich, nicht umsonst gemacht. Denn es ist ja relativ, ähm, unschneehaft. Ja, in Indianapolis. Ja, das werden wir gleich mal austrobieren. Und zwar mit dem Qualifying-Setup, ähm, werde ich mal hier ein, zwei Ründchen drehen. Und einfach mal gucken, hier in Indianapolis. Also, ich bin der Meinung, ich habe es gerade im Laiserspiel nicht genau gesehen, dass es hier ein relativ normales Oval ist, ja. Ja, genau. Ja, das ist so ein, äh, glaube ich... Äh, 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 ja, sehr, sehr cool. Mal gucken, ob wir das irgendwie auch ein bisschen sehen hier. Was man ja zum Beispiel bei Grid 2 fahren kann. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Spuren, die auf die Strecke führen. Oh, da ist ein Rasen. Abschuld, da werde ich mal rüberfahren. Einfach mal hier auf die Strecke rauf. Okay, war jetzt nicht sehr professionell, aber... Ah, Indianapolis, ja, hat schon eine relativ eigene Charakteristik hier. Sehr viel Bewaldung auf jeden Fall. Mal sehen, wie wir die Kurven hier nehmen können. Ob wir einfach voll reinfahren oder ob wir bremsen müssen. Ich werde mal... Okay, wir müssen auf jeden Fall bremsen, das geht sonst gar nicht. Aber man muss nur kurz anbremsen, dann geht es wieder auf ein kleines, langes Stück. Mal sehen, wo ist denn das Infields? Also, die Abstände hier kenne ich auf jeden Fall. Auf Start, Ziel, zu, genau. Das müsste hier hinten, müsste es jetzt eigentlich, ähm... Ja, man sieht es ein bisschen. Da hinten. Da kommt man vom Infield. Meine Güte, sind das hier Tribünen, Tribünen, Tribünen. Volles Haus. Und wir sind hier richtig schnell unterwegs. 318, 320 kmh fast. Man muss hier auf jeden Fall kurz anbremsen. Es sind nur Tribünen. Was für eine geile Strecke. Ey, 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 ey. Oder vorne sind schon die ersten Konkurrenten. Also ich denke mal, in Indianapolis, da sollte heute wieder ein bisschen was gehen. Letztes Mal sind wir ja ohne Sieg nach Hause gefahren. Äh, sind wir, glaube ich, Fünfter oder so gewonnen. Mal sehen, wie es heute in Indianapolis läuft. Nachdem wir eigentlich schon eine ganz gute Siegesserie hinter uns haben. Und das natürlich immer noch auf harter Schwierigkeitsstufe. Oder wir stimmen wir, glaube ich, noch auf extrem hart. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hart. Die zweithöchste, die es gibt bei NESCASA Games 2013. Aber unser Fahrzeug ist ja auch schon ganz gut aufgerüstet worden. Alter, was für ein geiler Hexenkessel hier. Also richtig geile Stimmung im Stadion. Ich freue mich schon sehr, sehr aufs Rennen, muss ich sagen. Also hier wollen wir mal hier gucken. Die lassen sich relativ leicht anbremsen. Ich bin zwar jetzt hier nicht wirklich auf der Ideallinie gerade gewesen, aber genau in der Mitte quasi im Kurvenscheitel. Da muss man vorher ein bisschen anbremsen. Aber man sieht schon, dass die KI hier relativ schnell unterwegs ist. Also das ist hier kein Selbstläufer, glaube ich. Wir müssen schon konzentriert bleiben. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Atmosphäre hier in der Bulles. Zumal beim nächsten Mal ja Streckenfolgen, die wir schon gefahren sind. Allerdings ist es bei NESCASA, glaube ich, nicht wirklich schlimm, wenn man da... So, ich würde mal sagen, in der nächsten Runde schauen wir uns nochmal den Bremspunkt an. Wo man da abbremsen muss. Hier vorne geht es in die Box rein, okay. Da ist der Kegel, glaube ich, für die Begrenzung. Ich denke mal so von der unteren rechten Kurve jetzt auf der Minimap ausgesehen. Ich denke mal, da sollte man möglichst, äh... Ja, in der Mitte dieser letzten Kurve sollte man möglichst auf die Bremse gehen. Gucken wir gleich mal, ob das so zutrifft. Ja, hier... ...wäre jetzt eigentlich das Infield. Genau, hier guckt man dann, glaube ich... Ne, hier guckt man nicht rauf. Ich versuche das gerade mal zu ergründen. Ja, relativ abgedichtet hier alles von irgendwelchen Hügeln. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier den Bremspunkt gleich finden. Für die Boxeneinfahrt. Unser schönes M&M, äh... Toyota Stocker hier. So, ich denke mal hier so... Hier so, vielleicht... Na, vielleicht auch am Ende hier, da wo der Grünstreifen aufhört. War, glaube ich, ein bisschen früh. Ne, das war zu früh. Ich glaube, man könnte schon hier, genau hier, wo die... ...weiße Begrenzung anfängt, da könnte man, glaube ich, runterbremsen und wäre, glaube ich, ganz gut dabei. Gut, wir haben ja noch einen Practice, da können wir es nochmal ausprobieren. Ah, ich würde sagen, wir beenden die Session erstmal. Wir haben ja im Moment auch die Bestzeit gefahren, was schon wieder ein bisschen seltsam ist. Gucken wir mal ins Endergebnis der Session. Ob wir tatsächlich hier... Ach, sehen wir jetzt gar nicht mehr. Okay, Practice 2. Direkt drangehangen. Dann würde ich sagen, stellen wir nochmal das Rennsetup nochmal ein. Gucken wir mal, wie sich das Auto damit fährt. Ich denke mal, nicht großartig an. Das ist ein bisschen langsamer, ein bisschen träger natürlich. Aber an sich, glaube ich, nicht so großartig anders. Auf jeden Fall keine nervigen Bodenwellen, wie das auf manche anderen Schrecken ist. Es ruppelt und ruppelt zwar hier so ein bisschen. Beim rausfahren. So, jetzt, ach, da vorne. Oh. Ich dachte, jetzt ist es mal die linke Spur nehmen. Oh, das hätte er fast gerumst gerade. Das sei denn, direkt im Heck hier ein Ford. Versuchen wir mal, den richtigen Weg zu fahren jetzt. Fahrt jemand daher, der weiß schon, wo es lang geht, da vorne. So, hier kann man voll rausgeschleunigen. Hier schön aus der Box raus. Und dann gucken wir gleich mal. Sagen, eine Runde mal fahren, um sich das ein bisschen, das Feeling für das vollgetankte Auto zu bekommen hier. Hier sind die Tanknadel, ist auch ganz weit rechts. Also, vollgetanktes Auto. Da würden wir einmal eine Runde fahren und dann mal gucken. Da kann man relativ gut einsehen alles. Relativ breite Strecke auch. Also, ich denke mal, wir sollten hier rein von der Strecke und den Kurven und dem Auto keine Probleme haben in der Monopolis. Wie gesagt, das ist eigentlich ein reines Duell. Konzentriertes Duell gegen die anderen Fahrer. Nicht weiter schwierig, glaube ich. Schauen wir mal. Nicht den Tag vor dem Abend loben, das ist ja immer relativ gefährlich. Das könnte doch hier Travis Pastrana sein, ich weiß gar nicht genau. Im Practice kann man die Namen manche einblenden, das kann man nur im Rennen nachher. Das könnte er theoretisch sein. Blaues Auto hat er auf jeden Fall, glaube ich. Ford hat er auch, aber ich glaube, das ist er nicht. Ne, das ist nicht Travis Pastrana, glaube ich. Können wir mal gucken, ob wir ihn erkennen. Ja. Oh, oh, oh. Wir haben ihn auf jeden Fall schon mal abgedrängt, den Kollegen da hinten. Jetzt werde ich mal probieren, ob das mit der Boxeneinfahrt da so hinhaut. Ansonsten Streckenpraxis sammeln ist ja eigentlich eher nicht nötig hier. So, fahren wir hier ganz normal aus der Kurve raus. Und dann fahren wir hier direkt ran, bremsen dann hier runter. Ne, das ist zu spät, das ist zu spät. Also so kann man da nicht reinheizen, das ist natürlich... Ne, da muss man so nach der Kurve, so am Ende der Kurve auf jeden Fall schon anbremsen. Ich werde das ganz vorsichtig machen nachher im Rennen. Da können wir mal gucken. Überspringen wir auch mal diese Practice. Und haben noch eine dritte Practice, die wir auch überspringen können eigentlich. Also eigentlich können wir gleich in die Qualifikation rüber springen. Wir brauchen da keine Adjustments oder sowas mehr machen. Wir arbeiten ja auch nicht großartig mit... Wir arbeiten ja auch nicht großartig mit... Ja, 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 wir versuchen es, wir versuchen es. Wir arbeiten ja auch nicht großartig mit irgendwelchen Setups. Ich kenne mich damit nicht aus. Hab bisher auch noch von euch dahingehend keine großartigen Clips bekommen, was man denn so einstellen könnte. Außer natürlich Grilltape, was immer so ein bisschen... Natürlich, wo man variieren kann am Ende des Rennens. Aber sonst sind die vorgegebenen Setups ja eigentlich soweit auch ganz gut. Deswegen würde ich sagen, springen wir mal hier ins Qualifying. und gucken mal, was wir hier reißen können. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Fahren wir mal ganz entspannt hier raus. Ohne irgendwie da aufs Gras zu kommen. Schön sauber und fair wollen wir dieses Rennen mal bestreiten, hier ohne groß sich irgendwo reinzudrängeln. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ich hab's doch bei F1 2013 jetzt öfter gehört, dass wir doch mal ein bisschen fairer fahren sollen. Oh, oh, was ist das Heck? Da haben wir ein bisschen die Grinsensautos ausgetestet. Ja, bei F1 2013, da verleitet es immer so ein bisschen dazu, sich mal reinzudrängeln, weil die KI halt sehr hasenfüßig reagiert. Das ist bei NASCAR ja ein bisschen anders. Da hat man ja selbst ein Problem, wenn man irgendwie zu doll reinsticht und sich dann dreht, dann ist das Auto halt weg. Deswegen hast du bei NASCAR ein bisschen mehr Hemmung, da einfach dich reinzubremsen oder reinzugehen, wie so ein Bekloppter. Während bei F1 2013 die Strafen dann eher selten kommen und irgendwie man meistens Vorteile dadurch hat, dass man halt wie eine besenkte Sau fährt. Ich hab das Gefühl, immer Codemasters, Formel 1, das fördert sie, oh, 330 kmh, wow. Wahnsinnige hohe Geschwindigkeit. Wir sind schon im Drehzahlbereich eben gewesen, im vierten Gang. 330 kmh, das war, glaube ich, so ziemlich, na ja, noch nicht Topspeed, aber nah dran auf jeden Fall. Okay, wir sind auf jeden Fall hier nicht super schnell. Gerade die Kurve hätte ich ein bisschen, weiter ausfahren können, mich ein bisschen mehr reinwerfen können, aber von der Zeit her, 1,51, 49, glaube ich, von Busch, das sollte, glaube ich, machbar sein. Oh, sind wir schnell. 330 kmh, fast wieder krank gekratzt eben. Wir quietschen jetzt die Reifen, ein bisschen die Ideallinie verlassen. Wir möglichst von weit außen kommen hier. Genau in die Ideallinie reinbremsen. Jetzt wieder voll aufs Gas und dann gucken wir mal. Wunderschöne Bewölkung hier in Indianapolis. Jetzt kommen wir hier ins große Motodrom ins Stadion und haben, glaube ich, die Pole Position. Yep. Von ganz vorne starten wir hier in Indianapolis. Ja, also was die Topspeed und das Auto angeht, wie gesagt, haben wir, glaube ich, keine Probleme. Müssen wir natürlich gucken, dass wir das auch ins Rennen nachher wieder transportieren können. Wagen fährt sich sehr ruhig, ohne große Ausbrüche hinten vom Heck. Also fährt sich sehr geschmeidig. Und sehr schönes Stock Car. Die Strecke macht wirklich Spaß zu fahren. Sieht auch toll aus mit den ganzen Tribünen. Wir sind ja wieder sehr weit rausgekommen. Obwohl die Kurven ja eigentlich von der Art her gleich sind. Habe ich auf der anderen Seite ein bisschen mehr Probleme als auf der anderen. In der jeweils zweiten Minute, glaube ich, noch ein bisschen zu langsam unterwegs. Die erste Runde war auch definitiv besser als die davor. Das wird ja auf jeden Fall ein Highspeed-Rennen. Schöner Tower da. Aber wir haben uns schon mal auf der Pole. Das ist wohl viel besser. Ja, wir haben uns schon mal auf der anderen Seite. Gucken wir uns mal die Ergebnistabelle an. Hier, Kyle Busch. Wie gesagt, der ist fast eine Sekunde hinter uns. Nein, ich... Nee, 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 nee. Ja, doch. Doch, doch. Doch, der ist eine Sekunde. Wieso eigentlich plus 62? Ich verstehe nicht. Ach so, die zweite Runde. Ja, ja, ich habe gerade falsch geguckt. Ja, der ist eine gute Sekunde. Ja, eine Sekunde hinter uns. Der Kyle Busch, dann kommt der Greg Biffle. Kevin Harwick, Brad Keselowski, Jeff Gordon, Nate Earnhardt Jr. und so weiter und so fort. Das sind sie alle. Kurt Busch auf Platz 14. Ja, wo ist unsere Dennycar? Die Nummer 10. Da ist sie doch. Auf Platz 31. Hat es nicht in die Top 30 geschafft. Robbie Gordon wieder relativ weit hinten. Und das Schlusslicht hier. Josh Wise. Ja, da gucken wir mal, was wir hier gleich im Rennen leisten können oder reisen können. Good luck, pal. Give us a great show. Yeah. Thanks. I try to. So, dann machen wir natürlich das Race Preset hier rein. Und gucken mal, wie sich auch die Temperaturen entwickeln gleich. Und sind mal gespannt auf das Intro von Indy Nebulis. Hello, everyone. Mike Joy and Daryl Waltrip welcoming you to the greatest race course in the world for the Your Hero's Name Here 400 at the Brickyard. Michael went out this morning, played a round of golf, came in, watched the cars go around the track. This place, so much tradition, so much history. This is a track that you just gotta win. Indy car since 1911 and NASCAR since 1994. Who will cross the Artebricks first today? Jeff Gordon. Pick your money on Jeff Gordon. He's the man. Jeff has more wins here than anyone else in the field. But at Indianapolis, this could be anybody's day. It's all about maintaining track position. Uiuiui. Wir haben hier einen Schnarescar seit knapp 20 Jahren hier in Indianapolis. Ich glaube, Indy car, wenn ich so verstanden habe, schon ein bisschen länger. Und wir sind hier auf der Pole Position. Wir müssen jetzt das Tempel gleich vorgeben. Na, gucken. Let's go racing. So, wir sind ja nur natürlich gleich hier innen die Bahn zu besetzen. Oh, und da geht's schon mal schief. Okay, das war ein ziemlicher Kackstart. Ich nehme mir mal die Freiheit, einfach mal hier nochmal das Rennen zu restarten. Weil da das Wagen, der Wagen, der rappelt immer so am Anfang, wenn man halt den Start hat. Das haben wir ja schon gehört. Und dann ist er mir jetzt da irgendwie nach rechts wieder gedriftet. Und dann ist mir der Wagen da reingefahren. Deswegen, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Ich will nicht gleich das Rennen hier verscheißern, äh, verkacken. Und dann... Oh, ma. So, Wagen ist gefangen. Wir suchen hier relativ defensiv in die erste Kurve zu gehen. Haben es diesmal auch geschafft, obwohl er uns trotzdem hinten rechts einen Schlag gegeben hat. Okay. Sieht gut aus. Ah, wir haben die Führung behalten. Können auch gut rausbeschleunigen. Hier kommen wir sehr weit raus. Oh, da gibt's einen Schlag. Da war ich etwas zu forsch. Vorne rechts sehen wir auch einen Schaden. In der Radaufhängung. Aber ich hoffe mal, dass wir damit durchhalten. Beziehungsweise hier noch bis zum ersten Boxenstopp fahren können. Sollte jetzt nicht allzu schlimm sein, hoffe ich. Das Auto nicht allzu stark beeinträchtigen. Aufpassen hier. Mir fährt sich soweit auch noch ganz rund. Wir haben auch keinen schwereren Schaden. und setzen uns auch, soweit ich das sehe, ab. Gut. Das läuft schon mal alles nach Plan. Wir schalten mal auf die Temperaturanzeige. Denn ich hab das Gefühl, dass wir... Oh, 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 oh. Wie spät auf der Bremse? Hab ich ein bisschen zu sehr auf die Anzeigen geachtet. Ich denke mal, dass wir temperaturmäßig hier doch schon in die höheren Bereiche kommen. Gerade auf der Geraden, wo dann doch immer ein ziemlich heftiger Heißspielabschluss ist. Ja, nachdem wir zuletzt da beim Rennen nicht so gut wegkamen, ist unser Stockcar hier doch wieder relativ stark unterwegs. Im Vergleich zur Konkurrenz. Das unterscheidet sich immer so je nach Strecke. Für die KI ist ja bei Nesca-Segame sowieso ein bisschen das kleine Manko noch. Und euch durch nix, die Entwickler, die arbeiten ja schon am neuen Nesca. Nesca-Segame 2014. Da haben wir ziemlich viele Duelle. Das kommt ja schon am Ende März, kommt das ja schon raus. Ich schaff's bis dahin gar nicht, das alte zu Ende zu spielen. Müssen wir mal gucken, wie wir es dann machen. Also man könnte ja eigentlich sagen, dann spiele ich halt Nesca 2013 so lange, bis 2014 rauskommt. Aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt da extrem viel Wert drauflegt, dass ich hier die ganze Saison zu Ende fahre. Ich meine, es macht ja immer schon so Spaß eigentlich, die Rennen hier zu fahren. Ich habe da jetzt aber nicht das große Ziel, irgendwie die Saison auf irgendeinem Platz oder so zu beenden. Es ist einfach... Ja, der Weg ist das Ziel, glaube ich, bei Nesca-Segame. Während bei WRC zum Beispiel schon so ein bisschen immer das Ziel auch vor Augen ist, weil es halt auch... So eine Saison ist ein bisschen absehbarer als bei Nesca. Deswegen würde ich mal denken, dass wenn das 2014er rauskommt und wir noch bei 2013 Events offen haben, sagen wir mal so 10 oder so, da kann man eigentlich so sagen, ja gut, dann fangen wir jetzt halt mit dem 2014er an. Also kaufen und spielen das hier auf jeden Fall. Das wäre dann ja auch verschwendetes Potenzial, wenn man sich am Kanal zeigen würde und nicht jetzt playen würde. Aber, ja gut, ist dann die Frage, müssen wir da mal gucken. Ist ja noch ein bisschen hin, also drei Monate, vielleicht schaffe ich es ja auch bis dahin. Sollte man ja vielleicht hinbekommen. Wollte sowieso ein bisschen öfter Nesca wieder bringen. Vielleicht schaffen wir es ja bis dahin, bis März. Das alte Nesca zu Ende zu bringen. Auf jeden Fall erwartet uns ja auch wieder ein ganz gutes Rennspielejahr eigentlich. Manchmal so, The Crews auf jeden Fall wird ein sehr großes Projekt, denke ich mal, sein. Sehr, oh, was war das denn gerade? Wir sind da irgendein Teil ins Auto geflogen. Das klang gerade so. Äh, ich denke mal, The Crews wird ein etwas größeres Projekt werden. Weil es, glaube ich, relativ umfangreich sein wird, ja, auch. Oh, boah, knapp an der Wand vorbei. So, in sieben Runden müssen wir auf jeden Fall schon in die Box fahren. 32 fahren wir insgesamt. Sind die auch etwas längere Runden als bei den anderen Rennen. Der Kurs ist hier relativ lang, aber wir setzen uns hier komplett ab. Haben hier deutliche Leistungsvorteile gegenüber der Konkurrenz. Brad Keselowski ist im Moment direkt hinter uns. Ja, The Crew, ähm, dann muss ich gucken wegen der Playstation 4 dann Drive Club. Ich denke mal, dass ich mir auch die Playstation 4 dann irgendwann im Frühjahr auch zulegen werde. Ähm, Drive Club auf jeden Fall dann auch auf dem Programm. Muss ich mal schauen. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, was das Spiel angeht. Aber ich denke mal so, als Auto-Enthusiasten können wir da ganz guten Spaß haben. Aber ob das nur gameplaytechnisch, die Bombe wird mal schauen. Vor allem, mal schauen, ob man es auch mit dem Lenkrad spielen kann, vernünftig mit dem G27. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, aber gut. The Crew habe ich ja schon gespielt, auf der Gamescom, supergeil. Gefällt mir schon mal richtig gut. Und auch der Ansatz, dass sie sich auch ein bisschen die Dirt-Spiele zum Vor, äh, ja, als Vorbild nehmen, gefällt mir super. Ich habe sogar mit dem Stéphane Belé, mit dem, äh, einem Producer da, äh, gesprochen. Der hat mir ja das ganze Spiel erklärt. War sehr, sehr cool. Ich bin da irgendwie hin bei Ubisoft oder bei, äh, den Jungs von The Crew und hab da gesagt, ja hier, ich hab einen YouTube-Kanal und so. Und dann hat er mich direkt da belagert. Der Stéphane Belé. War sehr cool. Jetzt auch mit ihm Kontakt ein bisschen bei Facebook noch. Sehr, sehr cooler Typ. Unsere Crew freue ich mich wirklich wahnsinnig drauf. Ich denke mal, das wird auf dem PC gespielt. Ja, dann NASCAR. Und, was natürlich auch noch so ein bisschen in den Sternen steht, ist natürlich Dirt 4, ne. Da warten natürlich alle drauf, dass Codemasters noch Dirt 4 ankündigt. Oh, oh, oh. Einmal weiter konzentriert bleiben. So, wir haben uns einen ganz schönen Abstand erarbeitet. Dieses Rennen ist natürlich an sich jetzt ein bisschen langweilig, aber es gibt uns natürlich wieder ein bisschen Möglichkeit, auch mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, natürlich dann an dieser Stelle auch nochmal Danke an 5000 Abonnenten. Ich hab's ja schon bei Facebook, ähm, die schon, äh, ganz groß geteilt und, äh, mich bedankt. Und auch schon in den Kommentaren bei einigen Leuten, die dann explizit auch gratuliert hatten unter dem WRC4-Video, unter dem aktuellen. Ja, vielen Dank dafür schon mal, an die Glückwünsche, äh, für die 5000 Abonnenten. Und, äh, natürlich Danke an alle Zuschauer, die da aktiv da immer dabei sind. Ja, in einem Jahr haben wir 5000 Abonnenten uns geholt. Und, ähm, das, ähm, das Glück ist nicht vielen YouTubern vergönnt, die irgendwie anfangen. Vor allem mit, in Anführungsstrichen, normalen Spielen. Das ist, glaube ich, relativ schwierig, heute auf YouTube noch irgendwie eine große Masse, äh, anzuziehen oder zu begeistern. Und wir mit unserem Thema Rennspiele, Rennsimulationen, haben da eine ganz gute Sparte auf jeden Fall gefunden. Und auch unsere Zuschauer gefunden. Und da bin ich dann auch sehr stolz drauf. Ich glaube, wenn ich irgendwie Minecraft oder, oder Rollenspiele gemacht hätte oder Shooter, dann... Ja, wäre ich jetzt nicht da, wo wir heute sind. Es hat schon wieder so einen Knall gegeben. Irgendwie an der Stelle ist irgendwas. Nochmal gegengeknallt. Ja, 208 Grad, der Motor... ...ist relativ konstant unter der kritischen Grenze, weit unter der kritischen Grenze. Die Reifen sind sehr schlecht. Ich denke mal, wir müssen dann nachher alle Reifen auch wechseln. Alle Räder, das ist ja gesagt. Jetzt berührt mir auch schon, dass er ein bisschen hier weit rauskommt, ein bisschen rutscht. Das wird auf jeden Fall noch eine sehr lange dauern, bis wir da... Au, wieder gegengeknallt. Bis wir da irgendwie nur überrunden. Weil die sind ja... Ja, der Kurs ist halt relativ lang. Wir haben zwar schon eine gute halbe Runde Vorsprung jetzt. Oder naja, nicht mal eine halbe Runde, eine dritte Runde. Aber da kann man auch schön über den Abweiser sliden. Ja, wenn hier nichts mehr schief geht und ich keine großen Schnittsäme mache, dann ist das eigentlich hier ein ziemlicher Easy Win. Bisschen langweilig eigentlich schon. Hätte ich mal, ähm... ...den Dreher beim ersten Versuch da... ...passieren lassen. Das Feld von hinten aufgerollt, wäre, glaube ich, spannender gewesen, aber das weiß man vorher nicht. Ich dachte, dass ich hier wieder kämpfen muss. Oh, 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 oh. Genau wie beim letzten Rennen, aber wir müssen dann schon mit dem Reifen ein bisschen kämpfen. Nächste Runde werde ich noch reinfahren. Zum ersten Boxenstopp. Vielleicht kriegen wir auch da eine Strafe, weil wir zu schnell reinfahren. Aber ich versuche eigentlich jetzt gerade mit dem Vorsprung ja relativ vorsichtig reinzufahren. Ja, insofern, äh... Projekte technisch, äh, haben wir, glaube ich, für 2014 nachher... ...ja, ganz gut was zu tun. Äh, bis dahin bin ich auch ganz froh, jetzt mal so bis Februar... ...ja, Februar, März ein bisschen Luft zu haben. Weil wir ja die ganzen anderen Projekte alle noch fertig machen jetzt im Moment, ne? Wir haben Gran Turismo, wir haben Nesca, wir haben Dirt 2, was ja auch wieder kommt. Sobald die Koop-Saison F1 2013 vorbei ist, wird auch wieder Dirt 2 weitergemacht. Das ist ja schon ziemlich in den letzten Zügen gewesen eigentlich. Wir sind ja schon in der finalen Stufe dort gewesen, schon mit den ganzen Worldtours und so. Ich denke mal, das wird auch nochmal ganz interessant werden, nochmal Dirt 2... ...den letzten Abschnitt nochmal zu machen. Okay, eine Runde kann ja noch draußen bleiben. Ich werde es ausreizen, weil die ersten sind schon drin. Äh, ich überlege gerade, ich kann schon mal reinfahren. Ja, ich fahre schon mal rein. Alles andere ist, glaube ich, ein bisschen zu riskant. So jetzt hinterm grünen Streifen runterbremsen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ja, war ein bisschen übervorsichtig, aber... ...lieber so. Ja, dieses Mal hier keine falschen Tasten drücken auf jeden Fall. Grilltape mache ich mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Wagen. Ja, letztes Mal war ja ganz komisch beim Rennen. Da haben wir irgendeine Taste zum Abbrechen gedrückt und dann hat er da auf einmal die Karre vollgetankt. Und, ähm, ja. Das war nicht so optimal. Aber ich denke mal... Ja, schauen wir mal. Ja, estimated time is 17 seconds. Relativ kurzer Stopp, glaube ich. So, die blau-gelbe Truppe geht wieder ran. Ja, also wie gesagt, dann F1-Koop ist ja dann bald vorbei. Wenn gleich ich schon sagen muss, dass der Lukas erst am 9. Januar wieder zu Hause ist. Das heißt, wir können dann erst wieder Formel 1 aufnehmen. Das heißt, Formel 1 gibt es jetzt erstmal eine kleine Pause. Werde ich aber nochmal eine kleine extra Neujahrsansprache machen und das da auch nochmal mit reinbringen. Wollte ich sowieso die Targets machen, so 5.000 Abonnenten, Ansprache, wie auch immer. Ich habe aber noch ein kleines Gewinnspiel auf jeden Fall. Ich habe noch ein Need for Speed-Paket und ein Lenkrad zu verlosen. Ja, einen richtigen Lenkrad. Momo, das steht schon... Oh, dreht er sich da fast weg. Da steht schon eine geraume Zeit bei mir. Ich habe mir noch den richtigen Moment aufgespart. Ich wollte es eigentlich schon bei 3.000 Abonnenten machen, aber dann... Ja, war irgendwie keine Zeit und irgendwas kam dazwischen. Und jetzt habe ich dann gesagt, ja, bei 5.000, da hauen wir es dann auf jeden Fall raus. Das ist auch nichts Dickes, sage ich mal. Das ist ein Momo. So ein Force-Dingsbum-Star-Lenkrads. Logitech Momo. Ja, Momo-Lenkrad da. Das ist ein bisschen älter. Funktioniert auf jeden Fall aber sehr gut mit Spielen von Codemasters zum Beispiel. Da habe ich das mal getestet. Da kann man das eigentlich ganz gut... Da fährt sich das ganz gut. Das ist natürlich kein G27, aber das ist auf jeden Fall ein solides Lenkrad. Ich möchte mal der eine oder andere würde sich schon darüber freuen. So, im Moment sind wir nur 8.000, jetzt sind wir wieder 7.000, 5.000 und jetzt fahren wir auch wieder am 1.000 vorbei und sind wieder 1.000. So, das war eine relativ kurze Phase der Spannung hier. In Runde 12 von 32. Aber wir gucken mal, dass wir vielleicht jetzt ein paar Leute noch überrunden. Wäre ja mal ganz geil, wenn wir wieder ein bisschen ins Feld reinkommen und ein paar Autos sehen. So ist das ja hier eine ziemlich einsame Veranstaltung. Ja, heute wird es dann nur Nesca geben, kein weiteres Video. Dann ist erklärt sich einfach dadurch, dass ich erst vor einer Stunde aus dem Flugzeug gestiegen bin und direkt als ich nach Hause kam, erst mal gleich Nesca angeschmissen habe, um hier gleich was zu rendern und hochzuladen. Dementsprechend kann ich erst morgen den ganzen Tag über ein bisschen was produzieren. Dann gibt es morgen am Sonntag, den Rennsonntag natürlich wieder, der einmal aussetzen musste, dann machen wir morgen auch mit dran. Gran Turismo, Gran Turismo 6 weiter. Also morgen Gran Turismo 6 und Rennsonntag. Rennsonntag 16 Uhr, Gran Turismo, sag ich jetzt einfach mal, lege ich mich mal fest, äh, 12.30 Uhr oder 13 Uhr, das ist immer so der Rhythmus. Oh, ich bin relativ weit innen gefahren hier, die weiße Linie geschnitten. Und dann nächste Woche geht es dann wieder weiter auch mit WC4, Gran Turismo 6 geht dann auch weiter. Und mal sehen, ich habe ja jetzt ein bisschen frei, ich fange ja erst am 6.1. wieder an zu arbeiten. Ich habe jetzt also noch so lange frei, kann da jeden Tag ein paar Videos machen, wollte mir aber auch gerne ein bisschen freie Zeit nehmen und ein bisschen das nächste Jahr vorbereiten. Einfach ein bisschen entspannen auch mal, muss ja auch mal sein. Und, ja, dann gibt es ein paar neue Formate, das kann ich jetzt auch schon mal so nebenbei erwähnen. Wir haben jetzt neue Partner und zwar, äh, die gute Seite Speedmaniacs und der Redakteur dort, die Rennspiele, das Rennspiele-Magazin, wie ein, der ein oder andere mag es kennen. Da machen wir eine kleine Partnerschaft. Und zwar machen wir dann auch wöchentlich mit dem LPN zusammen, müssen wir mal gucken, und es geht Ende, äh, Mitte Januar geht das dann los. Äh, Rennspiele-News, ein kleines News-Format. Äh, ich denke mal, das ist längst überfällig eigentlich. Rennspiele-News, die fallen ja immer mal so zwischendurch auch in die Videos, aber da kannst du ja natürlich keinem zumuten, dass ihr jedes Video auf den Kanal guckt und jede kleine Funzelinformation aus jedem Video mitnimmt. Ich denke mal, da sind die allerwenigsten, die wirklich jedes Video gucken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wirklich Hardcore-Zuschauer seid und jedes Projekt guckt oder ob ihr nur mal reinschaltet oder nur Nesca oder nur Formel 1. So, das gibt ja bestimmt auch so Interessensgebiete. Ich weiß, viele gucken ausschließlich Formel 1-Koop. Manche gucken auch nur WRC, manche gucken auch nur Nesca. Also, das habe ich schon mal mitbekommen, so ein bisschen. Einige Namen, die lese ich immer wieder unter fast jedem Video. Das sind die Stammzuschauer. Finde ich auch sehr, sehr cool, dass ihr mal dabei seid. Auch wenn es heute bei Nesca äh, ähm, nicht so wirklich super mäßig spannend ist. Wir fahren hier schön immer wieder unsere Ründchen in India, in Nepalis. Ich fühle mich schon nur ein bisschen wie der, dieser Fußball-Moderator. Da war doch mal irgendwann so eine Spiele-Unterbrechung. Da muss ich mal nicht genau wussten, ob es weitergeht, ob es nicht weitergeht. Und, äh, ja, irgendwie kann ich da schwach Duckel dran erinnern. Das waren wirklich irgendwie Oliver Kahn und, ich weiß gar nicht, noch so ein Sport-Moderator. Die mussten da, ne, Oliver Kahn war es nicht. Die mussten da mehrere, ja, irgendwie zwei Stunden oder so das Programm überbrücken mit irgendwelchen Sachen und nachher dann das totale Gag-Show draus gemacht. Dann hat das super, super gemacht. Natürlich nicht die Qualität eines Fernsehmoderators. Ja, ich versuche irgendwie diese Phase hier zu überquatschen. So, wir haben auf jeden Fall die Hälfte des Rennens geschafft. Da hat es schon wieder so komisch geknackt. Immer an dieser Stelle da hinten. Müssen wir gleich mal beobachten. Vielleicht ist es dann ein paar Hase, der da irgendwie sich durchgräbt oder so. Müssen wir gleich mal gucken. So. Was für ein Riesenstadion, ey. Die Amis, ey, echt verrückt. Was die bauen. Ich habe natürlich die lustige Folge von Top Gear gesehen, wo Jeremy, James und, äh, der heißt ja der andere, ähm, James, Richard, Richard, James und Jeremy, genau. Die drei von Top Gear, natürlich Großbritannien, die waren ja in den USA und haben dann so auf ihre Autos, die sie dann mit hatten, also ihre Challenge war einfach irgendwie in, äh, ich glaube, Kalifornien, nee, in Hawaii oder, nee, in Florida, Miami. Sind sie gelandet irgendwie, haben dann die Challenge, jeder kriegt 1000 Dollar und muss sich da ein Auto kaufen. Bei irgendeinem Vorstadthändler im Ghetto, da. Haben sie sich dann alle drei irgendwelche Ami-Schlitten geholt, irgendwie, äh, oder Chevy, äh, so ein Pick-up, keine Ahnung und sind dann einfach losgefahren und hatten die Challenge irgendwie bis nach, ja, irgendwie, ich glaube, Mitte-Südstaaten, da unten sind sie irgendwo hingefahren. Irgendwie gut 2000 oder 3000 Kilometer irgendwas in dem Dreh. Nee, so viel nicht. 1000 Kilometer, 1000 Kilometer, glaube ich. Oder doch ein bisschen mehr, ich weiß nicht. Jedenfalls waren sie in Alabama und den Südstaaten unterwegs und haben dann als Challenge gehabt, dass sie verschiedene Sprüche an ihre Autos schmieren. Und beim einen stand dann irgendwie Hillary is the best oder so, also Hillary Clinton, was natürlich in den Südstaaten, in den konservativen Südstaaten gar nicht geht. Der andere hatte ein NASCAR Sucks an seinem Auto und der andere irgendwas mit, ähm, Homo, irgendwas mit, äh, Free-Homo-Love oder so, ne? Und in Alabama waren sie an der Tankstelle da irgendwo unterwegs und wurden schon übelst beschimpft von den Einheimischen. Die kommen langsam näher hier, der Busch, macht ganz schön Druck, noch sechs Sekunden Vorsprung. Naja, und dann wurden sie davon irgendwelche Rednecks nachher letzten Endes gejagt und die Kameraleute mussten alle weglaufen. Hat Glück, dass sie da nicht beschossen wurden. Also die Amis, die Südstaatler, die haben da echt teilweise einen ziemlichen Schaden, sind ziemlich verbort. Ja, Fazit von dieser Reise war, macht euren Urlaub bitte nicht in den USA-Südstaaten. Heißes Pflaster. Die ganzen NASCAR-Freaks da doch. Oh, 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 kommt er weit raus. Da waren doch schon leichte Stellen an der Wand. Das geht so. Gleich kommt der nächste Boxenstopp auf jeden Fall schon. Ich muss mal kurz überlegen, da die ersten fahren schon rein. Wir können aber noch ein bisschen. Ja, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich von die Tankanzeige beobachtet, wie viele Runden da gestanden haben. Ich werde wieder relativ zeitnah gleich reinfahren. So mit einer guten Runde. Ah, ha, ha, ha. Oh. Oh. Das war jetzt überhaupt nicht gut. Ich werde ihn gleich wieder Zeit auf dem Busch. Da vorne kommen jetzt gleich welche raus. Ich denke mal, wir sind auch vor denen da vorbei. Auf dem Minimap sehen wir gerade, einige sind in der Box. Hallo. Ja, da sind sie. Ich finde, gerade in der Dachkamera hat man doch schon ein echt gutes Geschwindigkeitsgefühl. Das will ich mal sagen. Au, au, au. Die Reifen sind schlecht. Man merkt es jetzt. Schon mehrmals jetzt an die Bande ein bisschen angeschlagen. Bisschen, ein bisschen Lack abgekratzt. Die Jungs müssen nachher wieder die Sprühflaschen rausholen. Ich belege gerade, fahre ich jetzt rein oder warte ich noch eine? Busch ist relativ dicht hinter uns. Dichter als es mir mehr. Lieb ist es nicht, weil ich hätte schon ein spannendes Rennen, aber Busch ist irgendwie nähe gekommen. Die Reifen sind jetzt wirklich am Ende. Ich werde mal reinfahren. Ich glaube, zu Ende fahren können wir damit dann sowieso nicht, weil ich gerade sehe, Runde 20 kommt nicht so richtig hin, glaube ich. So, bremsen wir mal runter. Da vorne ist die Einfahrt ja relativ gut reingekommen. Können wir mal nur die rechte Seite wechseln. Aber das dauert genauso lange. Insofern lassen wir das mal so. Reparieren brauchen wir nicht. Wagen ist eigentlich schnell genug. Okay, dann schauen wir mal. Ein paar neue Reifen. Tank bitte voll. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Dann brausen sie alle vorbei. Schöne Stimmung hier auf jeden Fall. Let's make it count, boys. Be ready. So eine Passage, wo die Framerate auch mal ganz gerne unter die fast schon die 30 fällt. Wir sind ordentlich abgeschrammt da an der rechten Seite vom Auto. So, ei, 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 ei. So, ich glaub 12, 13 Runden müssen wir noch fahren. Im schönen Indianapolis. So, es geht los. Miau, miau. Easy in Indianapolis, aber so werde ich die Folge nicht nennen. Das würde ja schon zu viel verraten. Muss ich mal gucken. So passende Titel für die Folge. Ich weiß gar nicht. Oh, oh. Oh, war schönes Forst Feedback auf dem Rasen. Also, euch nicht nix. Ihr könnt auch Rallye-Spiele machen, glaub ich. Relativ gutes Forst Feedback gehabt eben auf dem Gras. Sehr, sehr filigran. Also, ich bin ja mal wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wann Codemasters Dirt 4 ankündigen wird. Ich denk mal jetzt so Mitte Januar ist, glaub ich, eine ganz gute Zeit. Da ist jetzt so ein bisschen der Weihnachtskauf und die Weihnachtszeit vorbei. Die Presse wartet dann wieder so ein bisschen auf Neuigkeiten und da kann man das, glaub ich, ganz gut reinschieben, das als Ankündigung. So, wir sind wieder am Feld vorbei. Die Jungs haben alle nach uns übrigens diesmal gestoppt. Wir sind ja sonst immer der, der als letzter gestoppt, aber dieses Mal ist es tatsächlich so, dass wir vor dem Rest in der Box waren. Wir sind im Moment nur Zweiter. Wir essen da Erster. Ach, der fährt gerade rein. Der Cancif, der hat einen längeren Stint gehabt und ist jetzt erst nochmal zum Boxenstopp reingekommen. Insofern sind wir gerade Zweiter, aber das hat sich gleich wieder erledigt und wir können das Rennen ganz knapp nicht zu Ende fahren übrigens. und wenn es ganz unglücklich läuft, dann fährt die KI nicht mehr rein. Dann sind wir nachher, also wenn die wieder genau in dem gleichen Rhythmus stoppen, haben wir ein Problem. Dann müssen wir entweder Sprit sparen oder wir fahren öfter rein als die anderen. Ob das am Setup liegt, ich weiß es nicht genau. Wir haben jetzt noch neun Runden Sprit, müssen aber noch zehn Runden fahren. Wir müssen ja noch die Runde zu Ende, das heißt eins, 24, 2, 25, 3, 26, 4, 27, 5, 28, 6, 29, 7, 30, 8, 31, 9, 32, 10. Ja, wir müssen noch zehn Runden fahren, aber noch neun Runden Sprit. Also entweder sparen wir jetzt oder wir gehen das Risiko ein, dass wir dann nochmal tanken müssen. Aber ehrlich gesagt würde ich ungern nochmal an die Box fahren, deswegen würde ich jetzt ein bisschen Sprit sparen. So, das ist jetzt die Taktik. Also kommt zumindest jetzt zum Ende des Rennens, wenn auch keine direkten Duelle, ein bisschen Taktik mit rein, weil wir halt jetzt unseren Sprit mit dem Sprit vorsichtig sein müssen. Mensch, ich hätte doch noch eine Runde weiterfahren sollen. Es fällt mir jetzt wieder auf die Füße hier. Okay, wir lassen den Busch mal rankommen. Wir fahren hier jetzt relativ gasfrei mal. Vor allem in den Kurven haben wir die mal relativ geschmeidig. Lassen die mal bis auf, sagen wir mal, so drei Sekunden rankommen. Wir werden jetzt nicht mehr auf ungefähr 300 kmh hochgehen. Gerade so im roten Drehzahlbereich. Ich denke mal, da können wir ganz gut Sprit sparen auf jeden Fall. So, der Busch kommt schon näher. So, hier werden wir nicht mehr als 260 fahren. Auf der langen geraden, gerade so im 8000er Drehzahlbereich. Damit wir hier Sprit sparen. Es hat schon, es funktioniert schon ganz gut im Moment. Gehen wir mal auf 8,5. Knapp 300 kmh. Ich denke mal, damit können wir ganz gut aushalten. Und dann denke ich mal, kriegen wir das Rennen auch noch so zu Ende mit dem Sprit. Aber wir haben scheinbar doch ein relativ spritfressendes Auto hier von der Abstimmung hier in Indianapolis. Kleine Überraschung. Das ist Rennen dann doch hier von der KI mal über die Spritstrategie scheinbar. Läuft. Dass die halt alle ein bisschen langsamer unterwegs sind. Darf ja aber am Ende nach Hause fahren können. Ja, wir haben jetzt echt schon gut Sprit gespart. Man sieht es jetzt an der Rundenanzeige unten rechts. 8,5 Runden, 8,4 Runden sind jetzt noch. Oh, jetzt wird die Nase aber langsam voll bei mir. Wunderlich ganz überstanden, die leichte Erkältung. Aber es haut natürlich uns nicht um hier. Wenn der Uschi jemand schnupfen hat, dann steigt er auch in sein Rallyeauto. Oder der Vettel oder wer auch immer. Das wundert mich sowieso. Das ist selten mal passiert, dass ein Rennfahrer wirklich mal krank ist. Die reisen ja nun ständig durch die Welt, sind sie ständig im Flugzeug. Die Körper sind ständig Strapazen ausgesetzt, aber die Jungs bleiben eigentlich immer relativ fit. Und es ist selten, dass da mal eine wirklich einen Grippeinfekt oder was weiß ich, einen Magen-Darm-Virus hat. Es kommt zwar durchaus mal vor, aber sehr selten. Die scheinen entweder sehr gute Medikamente zu haben und stecken das ganz gut weg oder aber tatsächlich so eine gute ausgewogene Ernährung und so ein Immunsystem, dass sie das durchhalten. So, ich glaube, vom Sprit her sind wir sehr gut unterwegs. Wir haben auch unseren Vorsprung auf den Busch sehr gut gehalten. Hier noch ein paar Leute überrundet. Aber wenn der Vettel, weißt du, das ist ein Formel-1-Auto mit einer dichten Nase. Das ist mir nicht so angenehm. Aber man sieht davon ja eigentlich nie was, dass sie irgendwie mal krank sind oder einfach mal komplett eine Grippe haben oder sieht man ja eigentlich nicht. Ich kann mich erinnern, dieses Jahr gab es mal eine Ausnahme. Aber da war ein Fahrer mal nicht angetreten. Wo es hieß, dass er irgendwie, ja, war so ein B-Fahrer irgendwie, keine Ahnung. So, Wern oder sowas. Der war, glaube ich, mal ein Rennen nicht da. Weil er wohl ein Magen-Darm-Virus hatte. Meine ich, so mitbekommt, sagen wir aber ansonsten. Im Motorsport ganz selten, dass du mal so einen Fahrer siehst, der da ein Rennen aussetzt wegen Krankheit. Passiert aber nicht. Gerade auch im Ready-Sport. Da weiß ich auch, der Oje, der war einmal krank dieses Jahr. Ich glaube, auch zu Rally Deutschland war oder zu Rally Frankreich. Irgendwo dazwischen war er dann auch mal krank mit der Grippe oder so, aber der saß trotzdem im Auto. Sah auch relativ schlecht aus dann. Der ist dann trotzdem gefahren. Und so fahren wir jetzt auch. So, um den Bogen mal jetzt zu schließen. Und haben immer noch konstant einen guten Vorsprung. Sechs Runden Sprit übrig. Jetzt kommen wir locker nach Hause damit. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, mich so stark auf die Tube zu drücken, aber wir haben trotzdem kaum Zeit verloren. Also es ist echt relativ locker. Das war somit das einfachste Rennen des ganzen Kalenders bisher. Schade eigentlich. Ich hätte mir für Indianapolis ein bisschen Action erhofft. Aber es kommen ja bald noch Martinsville, Pocono. Da wird es wieder ein bisschen enger. Gerade Martinsville ist ja so ein kleines Hexenkessel. Oh, jetzt haben wir die Vorderreifen ganz schön herangenommen gerade. Und danach kommt dann irgendwann Sonoma. Ne, nicht Sonoma, sondern Watkins Plan. Und ich glaube, da wird es auf jeden Fall richtig zur Sache gehen. Also die nächsten drei, vier Folgen sind glaube ich schon von der Streckenzusammensetzung hier ein bisschen actionreicher als heute Indianapolis. Das dann eher mit wenig Spannung und viel Gelaber aufgefüllt wurde. Aber gut, was soll man hier auch groß kommentieren, das Renngeschehen? Wir haben sechs Sekunden Vorsprung auf Busch. Wir sehen nicht mal ein Auto, ganz kleine Ameisen im Hintergrund. Sehen wir, wie sie da fahren, aber vielleicht kommen noch mal ein paar Leute aus der Box. Vielleicht sehen wir noch mal Oh, da quietscht es das eine oder andere Stockcar vor uns. Vielleicht gleich, wenn die da aus der Box kommen. Schauen wir mal. Ne, die tanken so lang da. Die kommen nicht mehr. Hallo. Die fahren auch jetzt erst los. So, wir müssen noch 31. Okay, wir müssen immer noch ein bisschen zurück neben uns. Können hier nicht so pushen. Es fahren doch, glaube ich, noch mal einige rein, wenn ich es richtig sehe. Ne, doch. Ein paar fahren noch mal. Muss kein Scheiß mehr machen hier. Routine einkehren lassen. Ganz schlecht. Ja, wir fahren das hier souverän zu Ende. Runde 30 von 32. Gleich haben wir es Geschofts. Noch zwei Runden fahren. Haben noch ein bisschen Sprit übrig, sogar am Ende. Das ist ein Sparer ist an der Fahrweise hier. So, noch zwei Runden. Fahren wir hier über das Ziel. Kommt da welche raus? Nö. So. Genau zwei Runden noch fahren. Oh, wir sind weit raus hier. Reifen sind sehr schlecht, aber wir haben immer noch einen konstanten Vorsprung von 5,5 Sekunden. Das ist soweit eigentlich alles in trockenen Tüchern, glaube ich. Naja. Also da ist ziemliches Gedränge. Ich wäre gerne da hinten im Feld gewesen. Da oben rechts in der Kurve, wenn ihr auf die Minimap schaut, da drängt es sich extrem. Das wäre ja sehr spannend gewesen da zu fahren, glaube ich, aber so können wir einen Sieg nach Hause fahren. Ein bisschen Geld wieder ansammeln. Mal sehen, was wir für Upgrades noch kaufen können. Ah! Alter Schwede. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Die rechte Vorderreifen. Der fliegt uns bald um die Ohren, habe ich das Gefühl. Und jetzt haben wir auf jeden Fall eine gute Sekunde auf dem Busch verloren. Das muss man voll ausgeben. Letzte Runde. Darf nichts mehr schief gehen. Da stehen wir noch welche an der Box. Ups. Gut, konzentrieren wir uns noch mal hier. Ohne da irgendwo reinzufahren. Ich denke, noch mal zu Ende fahren. Der rechte Vorderreifen. Ne, ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Reifen geplatzt ist, aber der sieht schon sehr, sehr rot aus. Der Wagen, der schiebt auch schon mächtig. Wir haben auch so ein paar Mal sehr lässig eingelenkt den Reifen sehr stark herangenommen, da vorne rechts. Und da war schon wieder irgendetwas Schwarzes. Okay, Busch auf jeden Fall nicht mehr herangefahren. Wir haben auf jeden Fall mit dem Spritsparen die richtige Entscheidung getroffen. Sonst hätten wir das Rennen hier auf jeden Fall verloren. Also wir wären sicherlich irgendwo in der Top Ten gelandet, aber durch Spritsparen haben wir uns den Sieg hier natürlich nach Hause gefahren. Letzte Kurve hier, ganz entspannt. Restsprit 0, 0,98 Runden und wir haben es geschafft. Wir haben das Rennen von Indianapolis hier nach Hause gefahren. Und das klingelt einfach mal richtig in der Kasse. 683.000. Richtig viel Kohle hier nach Hause gefahren. Mal ob es hier ich wollte eigentlich noch mal eine Tire smoken. So. Das smoken sie. Schauen wir mal ob wir hier ein bisschen extra Style Punkte. Ja, auch von Gras ist schön wenig Grip, da lässt sich dem das gut machen. Ja, auch Meshkasse gehen wir mal ein relativ gutes Rauchsystem, das kaum Ressourcen schluckt. Ähnlich wie Glut 2. Also, so, bevor ihr bevor ihr jetzt einen Drehwurm bekommt, machen wir mal lieber hier, äh, achso, Enter drücken. Oh Gott. Muss ich da echt jetzt Enter drücken? Die ist so weit weg, die Taste. Können wir auch eine andere Taste nehmen. Dann schalte ich erstmal aufs Dach zurück. Ähm, nimmst du auch eine andere Taste als Enter, dann muss ich jetzt hier so doll drücken. Dann muss ich dann meine Tastatur, warte mal. Ach, so, einmal rübergegriffen da auf die Num-Block-End der Taste hat auch geklappt. Oh ja, da ist die Siegerehrung. Yes! Yes, we did it! Hm, da steht sogar Swartier auf der Windschutzscheibe vorne drauf. Sehr cool. Ist mir noch nie wirklich aufgefallen. Ist mir schon mal aufgefallen, aber ich hab's glaube ich noch nicht im Video erwähnt. Äh, gucken wir mal. Ja, also da war die Balance der KI wieder ein bisschen doof. Wir waren fast eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes immer. Ah, schade eigentlich, dass die KI mir bei Nesca so ein bisschen rumspackt. Mal stark, mal schwach. So, Nesca Splint Cup Series 1949. Mann, das ist aber auch eine sehr traditionelle Rettungserie, muss man sagen. Und wir sind mittlerweile echt schon auf Platz 14. Alter Schwede, nicht schlecht. Acht Siege schon insgesamt. Nicht schlecht Herr Specht. Ja, und von den ganzen Top Tens. So, jetzt mit einem neuen Secondary Sponsor. Äh, ja. Nehmen wir. Wo wird der rauf lackiert? Ah, sehe ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall haben wir eine ganze Menge Kohle, glaube ich. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ähm, Potential Sponsor. Okay, wir finden neuer Primary Sponsor. Da haben wir ein paar Okay, die bieten uns auf jeden Fall bald auch was an. Gut, wollen wir gar nicht vorgreifen. Ich wollte eigentlich mal die Upgrades Die R&D-Gerchen denken nicht, dass Sie sie genug besitzen. Sie haben ein paar neue Upgrades bereit, um Sie zu schauen. Motor Upgrade. Wir sind auf jeden Fall stinkreich, um es mal so zu sagen. Wir haben 2.500.000 können uns theoretisch einen neuen Motor leisten. Aber ich würde fast dazu tendieren, erst mal... Das ist, glaube ich, kompletter Quatsch, das zu machen, weil wir sehen es ja, dass wir dann... Im Moment sind wir auf dem richtigen Balanceweg eigentlich. Und wenn wir jetzt ein besseres Chassis bauen, dann kriegen wir mehr Ballast. Der Leiter kam ins More Ballast can be added to the bottom of the vehicle which lowers the center of gravity. Ach so, okay. Ja, das ist eine... Kannst eine bessere Gewichtsverteilung machen, aber ich glaube, ist jetzt erst mal nicht so drängend das Problem. Bremsen haben wir soweit ganz gut dabei. Transmission war auch schon die beste. Development Pack, die haben wir auch all installiert. Aber wenn wir einen neuen Motor kaufen, was wir jetzt tun werden, müssen wir, glaube ich, diese ganzen Performance Packs wieder neu kaufen. Gut, wir machen jetzt die letzte Stufe des Motors und ich muss die ganzen Development Packs neu kaufen. Ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben genug Geld. Und jetzt haben wir einen neuen Motor. Jetzt haben wir eine Maximaltemperatur von 250 Grad. Müssen jetzt auf jeden Fall die Packs neu kaufen. Ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Äh, ha, 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 ha. Ja, kaufen wir mal. So, the amount of fuel required to deliver the current level of 1.2. This can be crucial in full milliard races. Ja, ja, die haben wir öfter eigentlich, diese full milliard races, die sogenannten. Engine performance will be tuned for each qualifying session significantly increasing. Ja, gut, das ist halt so ein qualifying Ding, was wir eigentlich nicht brauchen. Aber gut, machen wir trotzdem mal. Wir sind ja eigentlich immer schon schnell genug. So, machen wir mal alles, was wir können. Wir haben ja genug Geld eigentlich. Performance Pack auch noch. So, ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alles geupgraded, was wir upgraden können. Ich weiß nicht, ob da später noch mehr hier erscheint. Ich glaube, ja. Aber für den Moment haben wir auf jeden Fall ein, ach doch, hier können wir jetzt noch. Achso, nee, das hatten wir ja eben schon das Thema. Ja, im Moment können wir nicht mehr machen. Das Auto ist vollkommen geupgradet in unsere Möglichkeiten. Und ich würde sagen, wir schauen noch mal einen kleinen Ausblick. Wir schauen einen kleinen Ausblick auf die nächsten Rennen. Wir haben hier ein Driver-Duel in Martinsville. Wir haben Pocono. Ich denke mal, die werden dann zusammenlaufen, die beiden Sachen hier. Also 28, 29 wird zusammen sein in einer Folge. Und danach kommt dann Watkins Glen. Also, schon in zwei Folgen sind wir in Watkins Glen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Danach Michigan und dann noch ein paar Events. Also, ich denke mal, die Spannung wird wieder da sein beim nächsten Mal. Pocono und Martinsville. Also, ich denke mal, das wird nicht so ein Selbstläufer. Hoffe ich mal zumindest. Und ansonsten, falls ihr bis hierhin geschaut habt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, einfach mal bis zum nächsten Video. Bis morgen. Bis wann auch immer. Ciao, euer Michel von P1 TV. Ciao, euer Michel.